Ein Sommer in den Bergen, wie herrlich sind diese Aussichten. Die Region Innsbruck im Herzen der Alpen punktet damit einer einzigartigen Vielfalt. Von Wanderungen mit Weitsicht über Downhill-Strecken mit ordentlich Adrenalin. Andererseits ist Innsbruck Kirchen, historische Gebäude und Geschichte. Zahlreiche Events im Kultur- und Sportbereich machen die Region bunt und belebt. Warum nicht mal vorbeikommen, staunen und genießen. Aber sehen Sie selbst, warum die Region Innsbruck so beliebt ist. Was ich an Innsbruck so gern mag. Mir taugt einfach, dass der Sommer alle Stücke spielt. Das Wetter allerweil was Besonderes ist. Wurscht ob Regen oder Sonnenschein, wurscht ob kalt oder warm. Und so lässige Leute. Sportliche, junge, nachdenkliche. Und allerweil ist was los in der Region. Das kann ich oft selber nicht glauben, was die sich alles einfallen lassen. Was sie mit den Radln alles aufführen. Gewaltig. Äckzen, äckzen, äckzen. Wie dame schwirren sie sich auf. Ich mein, da ist jemand sinnvoll zu treuen, dass die alle so durchdrehen. Und auf jeden zapfen müssen sie auch, wie die Steinbeck kraxeln sie auf die Karte. Und die kleinen Zipfelhuber seien auch nichts besser. Ja, wie denn auch, wenn nicht einmal die alten Deppen erwachsen teilen. Und was Innsbruck so besonders macht, ist seine Geschichte. Altstadt. Kirchen. Blätts. Man, da kennt man allem wieder die Gansler auch. Wer hat das alles gerade in so einer kleinen Stadt Platz? Region Innsbruck. Da gibt's immer einen Grund da aus und sein. Da kann ich echt Vielfalt leben. Das ist sicher, dass dieactiver Europetechnik ist. Vor allem in Deutschland. Be ree Lange machen. Ich gebo. Das ist wahr. Corinne, sage Wäldemocic, Vielen Dank.